Diesmal haben wir einiges mehr im Moment, z.B. mit Telefonhörern und können hier unser Abenteuer fortsetzen. So, vielleicht finden wir auch irgendwann mal einen Weg. Die Generalschlüsse brauchen wir. Also, ich weiß aus dem ersten Mal spielen... Ich habe ja schon mal einen Entnahmerecht Auslandsplay gespielt. Ich weiß, dass das irgendwie ein Weg gab, hier vorher schon durchzukommen. Erstmal wollte ich mich mal an dieser Stelle entschuldigen. Wurde ich mal eine Vergebung für die letzten Parts hier. Der letzte Stream, den ich aufgenommen habe, da hat es mir zwischenzeitlich, wegen Sound-Einstellungen für das neue Headset, hat es mir das Mikro komplett zerschossen. Also, falls das im letzten Video ein bisschen scheiße klang, falls das heute noch ein bisschen scheiße klingt, ich hoffe heute... Ich habe es noch ein bisschen angepasst. Ich hoffe, es klingt einigermaßen okay. Ich werde mich morgen noch mal dran setzen und dann mal gucken. Ob das denn wirklich gut ist. Ich weiß nicht, ob das im... Sie brauchen noch irgendwie eine Fliege, die wir hier in den Notschmalz mehr einschließen können und dann dort den Professor gehen können. Mal knabbern. Mal einen Fußnagel, vielleicht können wir den Fußnagel... Ich glaube, das haben wir schon probiert. Ich glaube, das bringt nicht viel, aber... ...den Versuch ist es wert. Verflucht! Wenn ich doch nur längere Fußnagel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Tja... Können wir vielleicht... Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Aha. Okay. Und nun... Wir haben da unten noch keinen... ...Einschluss davon. Oder doch? Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernstein-Mienen! Was für ein Pity! Da ist kein Bernstein-Einschluss drin! So ist es für meine Deno-Zuchtprogramm unbrauchbar. Du kannst es wiederhaben. Aber such ruhig, fleißig weiter! Dann wird schon bald meine Deno-Armee über die Globus marschieren! Huaha! Huaha! Ja, sicher. Können wir hier irgendwie... Ich erinnere mich, dass es bei den Pflanzen irgendwie was gab, ja, das war hier... Ich erinnere mich, dass es in dem sind trittende Pflanzen... Ich erinnere mich aber einen Schritt reinmachen. Wo kriegen wir jetzt eine Fliege her, hier? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, ich weiß es. Wir brauchen den... ...den Trink vom Barmann. Da war doch doch... ...doktor war irgendwas mit dem Barmann... ...mit dem Barmann. Und da mussten wir erst mal lernen, Unterschriften zu fälschen. Und dann... ...von den Trink kriegen und dann... ...mit dem Trink... ...mit dem Trink... ...in die Fliege drücken, damit konnten wir das... ...der irgendwie bewerkstelligen. Aber wie? Haben wir irgendwas in dem Betrag, was HW dazu bringen könnte... ...uns... ...zurück in Zeit zu schicken und uns die... ...eine Änderungen zu gehen, wie wir... ...wir wir uns Schriften fälschen? Hm, seltsam. Ich kann weder den Stift zerschneiden... ...noch kann ich die Schere bemalen. Warum nur? Ist doch klar. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Du musst es ja wissen. Ich wollte mal eben... ...einen Stift... Soll ich dir ein Tattoo malen, HW? Okay, das ist gut. Hm. Hier kommt man nicht voran. Hier müssen wir... Wir müssen jetzt endlich den Alu-Mann überzeugen... ...und ich das richtig in Ahnung habe... ...und seinen... ...Haken zu geben. Das tut aber nicht so einfach, weil er braucht einen anderen Haken... ...und den anderen Haken können wir vornehmen. Tja... ...ähm... ...von Bienen. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Edna Surprise, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witz, Bolt. Das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst draufgeschrieben. Gib es zu! Okay, genau. Kannst du für mich was zusätzliches auf die Cocktailkarte schreiben? So läuft es hier nicht, Kleines. Entweder du bestellst, was auf der Karte steht, oder du suchst dir eine andere Bar. Hm. Verzeichnungstaten. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ich frage mich, wo er hinguckt. Davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und der Blick darf zu urteilen, hat jemand das besagte Pferdgrün angemalt. Mhm. Brauchst du ein kaputtes Stuhlbein? Sei nicht albern, Kind. Das ist eine Bar. Da gibt es im Schnitt drei davon. An jedem Stuhl! Alter. Das klappt so nicht. Das war ja klar. Das sollte ich lieber sein lassen. Er sieht ohnehin schon so aus, als stünde er kurz vor einem cholerischen Anfall. Das hatten wir schon. Das klappt so nicht. Das hätte ich wissen müssen. Darf ich mal ihre Schanklizenz sehen? Aber sicher. Ich bewahre sie immer sehr gewissenhaft auf. Direkt unter dem Arm des letzten Polizisten, der mich danach gefragt hat. Ist nicht mehr so wichtig. Wetter Typ eigentlich. Nur sehr zerstreut ihn. Uhar. Brauchst du noch etwas Senf? Davon habe ich reichlich. Wie sonst würde man den unteren Teil vom Kiba so gelb bekommen? Bach. Brauchst du noch etwas Ketchup? Davon habe ich reichlich. Wie sonst würde man den oberen Teil vom Kiba so rot bekommen? Bach. Brauchst du einen Topf? Das ist doch kein Topf. Das ist da hinter mir. Das ist ein Topf. Das Fass da? In dem die Schaufel steckt? Das ist keine Schaufel. Das ist ein Löffel. Das kann man mit dem Topf aus dem Fass so etwas nüffeln. Brauchst du ein Messer? Nicht mehr in diesem Leben. Ich habe schon Millionen Zitronen auf Vorrat aufgeschnitten. Ach. Werden die denn gar nicht schlecht? Blau. Ja. Schlecht? Nein. Wenn man sie regelmäßig rasiert, dann kann man sie noch über Jahre benutzen. Brauchst du eine Gabel? Ja. Mit Sicherheit nicht. Ich führe eine Bar. Da gibt es Getränke. Und beim Trinken ist eine Gabel einfach keine große Hilfe. Möchtest du meine Topflappen haben? Nein, danke. Die Gewerkschaft schreibt mir vor, dass ich diese schmierigen Tücher benutzen muss. Ah, ja. Telefon für den Barmann. Nicht schon wieder. Sag ihm, es gibt hier weder einen Hinsch noch einen Romsch. Ja, schön. Baure Strecke. Seine kleine Schwester hat wirklich wunderschöne Zähne. Wäre echt schade um sie. Echt schade. Nice. Die Bart Simpsons Anspielung. Weißt du was in deiner Bar fehlt? Knabberkram. Irrtum. Ich habe alles da. Hier sind Kellerasseln. Dann habe ich Schweinefüße und... Oh, hier. Besonders lecker. ausgefallene Milchzähne. Willst du was? Nein, danke. Ach ja. Der tut vom Streich. Der gute... Der gute Herr... Herr Karl Romsch. Das ist in deiner Folge. Karl Romsch. Wer kennt ihn nicht. Brauchst du zufällig eine Zickzackschere? Nicht mehr in diesem Leben. Ich habe schon Millionen Zitronen auf Vorrat aufgeschnitten. Werden die denn gar nicht schlecht? Blau. Ja. Schlecht? Nein. Wenn man sie regelmäßig rasiert, dann kann man sie noch über Jahre benutzen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn? Einen Kaffee. Steht nie. Und wieder. Wiss. Witz. Das ist besser. Sag mal. Vielleicht kann damit was anfangen. Eine Lieferung für den Barmann. Was soll das sein? Bernstein? Fast. Es ist Ohrenschmalz. Seltsam. Sieht aus wie Bernstein. Nein. Wie auch immer. Für Hohrenschmalz habe ich keine Verwendung. Mein Vorrat reicht noch für mindestens drei Tonnen Stinktränk. Ein Stinktränk brauche ich nur. Kannst du noch eine Karte schicken? Barmann, ein Drink. Nichts. Ich bin gerade nicht lustig. Das ist noch im Stinktränk. Das ist so 80er. Das ist so 80er. Das ist so 80er. Ja, ich weiß ja. Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Du bist so 80er. Das ist so 80er. Sachen gibt's. Hier ist keine Selbstbedienung. Hier ist keine Selbstbedienung. Hier ist keine Selbstbedienung. Was du nicht sagst. Was will mir dieses Regal sagen? Nichts. Das sind keine Spirituosen. Das sind Putzmittel. Oh je. Zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Was auch immer für die Mohnen darin schlafen. Ich wecke sie besser nicht. Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da wo sie sind. Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah herangehe. Tja, die Angst könnte berichtet sein. Befürchtet. Tja, Bienenmann. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Ich darfst du mir die Rubin-Mann-Frieger aufgeregt. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Eisgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Kannst du doch schon. Ich mache dann mal eine Fliege. Nur zu. Hm. Eine Fliege. Entschuldigung. Die brauche ich noch. Bis die Austauschlinien an... Äh, will ich nicht. Das hatten wir schon. Ah ja. Eine Ehrenrunde. Habt ihr morgens auch manchmal dieses wachsige Gefühl im Mund? Äh, nein. Das hat Ungeschmack von mir in meinem Mund. Tja. Gehen wir langsam die Ideen aus. Ich will nicht gleich alles nehmen. Ein Becher können wir den nehmen. Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst ja nur nicht ran. Das außerdem. Hm. Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Tja. Also... Jetzt wo der Peter weg ist, müssten wir doch eigentlich in der Bahn irgendwas... Da müsste doch irgendwas passiert sein. Da müssten wir doch irgendwie... Da müssten wir doch irgendwie vorankommen. Um hier zu randalieren, habe ich noch nicht genug getrunken. Nicht traurig sein. Das kann ja noch kommen. Hm. Hm. Hallo Norm. Was macht das Leben? Ich könnte dir Geschichten erzählen. Leider spielen sie alle hier in der Bar. Tja. Es gibt nur eine Auswahl. Stinktrink. Geschrieben in der Sauklaue des Barmanns. Darunter steht das, was ich geschrieben habe. Können wir da einfach einen Stinktrink bestellen? Wo ist das Problem? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Na endlich. Einen Stinktrink bitte. Ein Stinktrink. Kommt sofort. Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur... Was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Ah ja. Der Strohhalm und dann mal den Stinktrink. Ich weiß was zu tun müssen. Das wird ekelhaft. Verrückt. Ich muss verrückt sein. Baaah. Geht es dir gut? Etna. Sag doch was. Die Rothäute haben das vor umzingelt können. Oh, Gott sei Dank. Alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Er ist durchwachsen. Ich meine, hast du ihn ganz leer getrunken? Ja. Ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinktrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Die Fliege. Ey. Jetzt haben wir eine Fliege. Und die Fliege... Die können wir hier mal... Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Nice. Jetzt bekommen wir den... ...wissenschaftler. Dann gibt er uns hoffentlich sein... ...ticket. Und mit seinem Ticket können wir zum... ...Alubahn hoffentlich gehen. Dann gibt er uns sein Ticket. Und mit dem Ticket können wir dann durch den Wäschelüft. Hurra. Dann brechen wir aus den Seren anstatt aus. Und wir haben ein Cocktailglas. Träckiges Cocktailglas. Echt? Hier hast du. Verlockend. Aber nein. Wie nein? Ich habe da was für dich. Achso. Wollte kurz sagen. Oh! Ist das zu fassen? Deno Dionys in Bernstein eingeschlossen. Natürlich. Genau das, was ich für meine Deno-Zuchtprogramme benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelüft. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein nehmen. Kommen wir ins Geschäft? Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Kleiderbügel Nummer 3. Kleiderbügel Nummer 2. Kleiderbügel Nummer 1. Kleiderbügel Nummer 1. Äh. Hat ja sowieso der. Der Herr Mantel. Das heißt. Aber wir versuchen es erstmal mit dem hier. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön. Das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3. Dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Ah ja. Was hast du dazu zu sagen? So. Na dann holen wir uns mal. Nummer 2. Arnuma. Willst du tauschen? Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha. Und jetzt willst du tauschen? Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke. Du bist ein echter Freund. Kleiderbügel Nummer 2. Und jetzt können wir durch den ... durch den ... durch den ... äh ... ... Maschelüft. Fahrstuhl. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön. Du darfst passieren. Hurra! Und da sind wir. Ähm ... Wäscherschacht. Hallo, Herr Mantel. Hallo, da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin ... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Die Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt drei Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Hurra. Da hat mal einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Einer führt zurück. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? In den Gemeinschaftsringen. Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh. Da kommt er schon. Ja. Mit dem Lüftungs- und mit dem Wäschelüftsystem können wir quasi das Ganze jetzt sind wir frei im Haus. Sie können überall hin. Vom gleichen Keller aus bin ich wieder hoch in die Zelle und so weiter und hier geboren. Und die haben ja frei. Wir sind jetzt frei. Also wir können auch nicht raus, aber wir sind so frei in der... Und los geht's. Wir gehen nochmal hier... Knifflig. Den Kleiderbügel zu benutzen, während ich daran hänge. Da kommt der nächste Ausgang. Oha. Wir gehen noch ein bisschen alles mit einem kombinieren bei ihm. Bist du durstig? Nein, danke. Für das genügsame Kleidungsstück bietet der Aufzug viele Ressourcen. Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Mikrobenmilch. Man kann Mikroben nicht melken. Man kann. Man muss nur mit dem Melkschemel aufpassen. Da kommt der nächste Ausgang. Mhm. Er unterschaltet freigeschaltende Liftgirr. Sehr schön.